So, wir haben den 6. Was ich hier drunter mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht eine Redstone-Schaltung oder so. Also hier wird einiges noch im Rohbau bleiben erstmal. Ihr kennt das von Baustellen. Da muss man erstmal sieben Wochen lang anschauen, bevor man einen Stein setzt. Auf der anderen Seite, verglichen mit Bauarbeitern, bin ich wesentlich schneller. Wenn man nicht glaubt, schaut sich mal aktuell die Tarantastraße an. Ich möchte wetten, wenn das Video raus ist, ist das immer noch eine Bau-Ruine. So, jetzt müssen einer wissen, von der Stadt, die ich gerade gesprochen habe. Was wollte ich also überprüfen wegen dem Dach? Dazu werde ich hier mal kurz den hier machen. Und mir etwas Erde holen, weil da kann man nie genug von haben. Stroh. Dankeschön. Wo laufe ich denn hier lang? Da hier die Tür ist, brauchen wir einen Absatz. Und darüber könnte ich eigentlich schon Erde, oder? Ich mache zwei und dann Erde, aber das sähe auch ein bisschen blöd aus. Könnte ich allerdings ein Bild dann hin machen. Gucken wir mal, von hier unten stehen, ne? Noch ein Stein und dann der Fußboden aus Erde da oben drüber. Das ist hoch genug, würde ich sagen. Das ist sogar sehr hoch. Hier kommen übrigens noch Redstone... Achso, ne, wir kommen ja noch die Redstone-Dinger hin. Also hier baue ich irgendwelche Säulen hin, da oben drauf mit Redstone-Lampen, die Redstone-Durchgang haben hier. Den man da nicht sieht, den werde ich verdecken. Für die erste Etage reicht das aus an Beleuchtung dann. Apropos. Lass dich da mal gucken. Acht und... Oh ja, das wird erst mal reichen, denke ich. Ja, da können wir noch eh einen Stein drauf machen, wa? Noch eine Etage. Oder was meint ihr? Gut, ihr könnt jetzt eh nichts mehr dazu sagen. Ihr könnt abstimmen, aus welchem Material ich die vierte Etage mache. Bis dahin sind die Folgen veröffentlicht, nehme ich an. Ich wollte gerade sagen, da steht ein Riesenschwein und muss doch bloß einen Kirschbaum. Kriege ich hier eigentlich Nachtzulage oder so? Bauarbeiten bei Nacht sind jetzt nicht auch so richtig schön, aber... Obwohl ich zugeben muss, dass es mit den Fackeln jetzt natürlich etwas atmosphärischer wirkt. Das heißt, ob wir hier unseren eigenen kleinen Sektentempel bauen. Würden, theoretisch. Marmorfußboden könnte ich... Ja, jetzt können wir später noch auswechseln. Wollte ich nicht Stein noch hin? Ja. Konzentration ist etwas, was andere haben. Oder aus Lagern kennen. Oh, der war böse. Ich entschuldige mich bei allen Konzentrationslagern. Oh, der war noch böser. Ne, habe ich nicht gerade ges... Mausrad, Konzentration. Ist die meine Arbeit? Deswegen hat die auch hinten den Stein gesetzt. Wieso habe ich dann immer bloß eine Reihe gesetzt? Ach ja, ach ja, ach ja. Jump! Seht ihr, das sind Freestyle-Moves hier. Vergesst Tony Hawk. X-Sane ist der Mann. Was? Wer ist überhaupt Tony Hawk? Kennt den noch jemand, den alten Mann? Muss man den noch kennen? Ich glaube nicht. Was ist gerade hin? Was ist gerade hip? Erzähl es mir. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich heuchle mal Aufmerksamkeit. Da tue ich mich mit der Community quasi verbinden. Kennt dich eine Community aus anti-modernen Leuten? Ne. Lass mich das jetzt. Ey, ich bin so voll gegen Gesellschaftstrends. Deswegen habe ich mich gleich einer Gruppe beigetragen. Auf Facebook. Oh Mann. So. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt aus Erde gemacht habe. Das war totaler Hirnriss. Aber darüber kommt die Erde. Oh Gott. Entschuldigung, ich muss das ja richtig pronouncen. Oh Gott. Man fängt ja immer mit der Stimme höher an zu sprechen, Amerikaner, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne nicht einen Amerikaner, der so spricht und ich kenne eine Menge. Was ist denn das? So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Holz. Nehmen wir gleich direkt die Stämme, oder wie sieht es aus? Wirkenholz? Warum nicht? Kann man alles noch hinterher auswechseln, aber... Ne, warte mal, ja, noch die Dingsler-Steine. Die ist hier oben drauf. Ich meine, das würde immer noch besser aussehen als das Birkenholz. Und das Fichtenholz schon wieder... Boah, bei der Größe sieht das scheiße aus. Wirkenholz ist aber eigentlich auch eher für lange Gänge. Aber Hochkante nicht, links da, oder? Apropos, die Ecken müssen weg. Ein anderer Mal. Also jetzt schaufeln wir erstmal den Scheiß hier wieder frei. Den hier keiner braucht. Ja, aber der hat. Kann man hier genug von haben, wie ihr wisst. Und da weiter weiter unterhalten. Übergott in die Welt. Aber Freestyle-Climbing, was haltet ihr... Was ist denn Zeug? Ne, das ist... Man könnte den Themenabend draus machen, aus der Folge, oder den Folgen, die ich hier draus schneiden werde, aber... Ich habe gesagt, wir machen das im Endless-Modus und... Wir haben es nicht eilig und so. Und wer es nicht sehen will, der soll es bleiben lassen. Aber wo ich jetzt vor kurzem gesehen habe, auf dem Pete-Smith-Video, diese Frage, Pete-Smith, ist ein ganz interessantes Prinzip. Macht weiter, Jungs. Warum um alles in der Welt, hat sich mir die Frage aufgedrängt dabei. Muss man eigentlich unbedingt populär sein, oder beliebt auf YouTube, oder erfolgreich? Mein Erfolg ist ja sowieso relativ, aber... Muss man das? Ich kann doch auch mit drei Zuschauern im Jahr leben. Also... Ich habe einfach keinen Sinn dahinter gesehen, jetzt mit aller Macht... Oh, oh, geht mir den Stein schon raus? Zu sagen, jetzt müssen mir die Leute zuschauen, und so weiter... Ich finde das einfach... Nö, warum? Also... Ganz nüchtern betrachtet, ich wüsste gar nicht, wieso. Gibt auch keinen Grund für sowas. Fall ich da runter, ja, wahrscheinlich. Alles ganz ehrlich, mir ist das völlig fremder Gedankengang, warum ich denn jetzt unbedingt Millionen von Zuschauern haben muss, oder... Warum mich jeder erkennen muss, am... Danke. So war es mir gedacht. Ich habe doch gar keine Verwendung für... Dann kennt mich dann jeder, ja, und dann? Was habe ich jetzt davon? Dann hast du viele Zuschauer, und leider. Ja, kannst du Werbe auf keinen Knopf... Mach ich nicht. Das ist mir egal. Ich bin noch BAföG-Empfänger, dann bin ich doch reich. Entschuldigung, Insiderwitzel müssen sein. Also ehrlich, dieses Ganze, jetzt muss ich berühmten, und jetzt muss ich Tausende von... Das ist mir am Arsch vorbei. Und das sage ich nicht als jemand, der keine Zuschauer hat. Das würde ich auch sagen, wenn ich Millionen hätte. Wobei es dann natürlich automatisch fragwürdig ist, ob man das noch glauben kann, was der da sagt. Könnte man einem Kron glauben, wenn er sagt, ich würde es auch für 100 Zuschauer machen? Ich weiß nicht, ich würde es ihm sogar klar zutrauen. Das Problem ist, er könnte da nicht mehr davon leben, und das nehme ich mal an, dass er das tun wird. Denn dass der Mann noch für einen Fulltime-Job Geld und Zeit hat, das wage ich zu bezweifeln. Auf der anderen Seite, warum nicht? Ich meine, Play Massive und ProSieben und den ganzen Quatsch. Seine AG ist da, keine Ahnung. Man weiß ja nicht wirklich, womit er sein Geld verdient. Und sagen würde das auch nicht. Wo ich sagen würde, ich würde es eiskalt machen. Warum nicht? Vor wem soll ich Angst haben? Vor der Steuer? Ich muss doch eh Steuern zahlen. Wenn du also nicht vorhörst, Steuern zu hinterziehen kannst, dann würde ich das sagen. Aber dann geht dann die Neiddebatte, oder ich hätte gedacht, du verdienst mehr, oder andere verdienen mehr. Und da kann ich dann natürlich schon verstehen, warum einer sich nicht dazu äußern möchte. Ich muss die Leiter erweitern. Leiter erweitern? Oh, so ein toller Zungenbrichter. Gott sei Dank, morgen ist Grammatik und nicht Pronunciation. Sonst müsste ich mir wieder irgendwelche Limericks anhören. Und die sind nicht lustig. So. Soll ich mal eine Folge in Englisch machen? Habe ich nicht sogar schon mal eine Folge in Englisch? Ich glaube nicht. Doch, eh ne. Spaß und Cyber. Wie jetzt Material, alle. Meine Güte gibt es ja gar nicht, doch. Aber ich bin der Meinung, das kann man so lassen. So, und wieder rüberschaffeln das Material. Das braucht es zwar nicht, aber ich packe es mal hier rein. Marmor. Daraus baue ich dann gleich mal den Grund, mal schauen. Das wäre auch nicht schlecht, aber jetzt nicht wie Schweine, oder doch? Schweinebrunnen. Schweinebrunnen. Schweinebrunnen, der Begriff des Jahres. Ich habe hier Goldborn. So. Dann hier rum und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, das geht doch vorwärts. Man muss nur wollen. Und ich will das. Was? Oh je. Merkt man mir an, dass ich schon ein paar Tage lang nicht... Ich glaube, man merkt mir sowas an. Oder man merkt es mal ein wenig, aber das ist dann auch wieder... Ne. Lass mir das wechseln. Ich muss hier echt was tun. Es geht nicht so weiter. Die Ecke ist mir zu gefährlich. Und darauf kann man dann Erde stapeln, eine Etage. Beziehungsweise Erde nicht, sondern Stein und dann Erde. Weil ich will von unten nicht Erde sehen. Das sieht scheiße aus. Die Frage ist, was wollen wir sehen? Marmor. Wieso habe ich den Mist hier eingepackt? Das wäre jetzt doch hier drauf eigentlich gar nicht so. Da muss ich zwei Etagen von dem Stein hier setzen wahrscheinlich. Weil Holz, das ist... Ich meine gut, das ist billig und wir können das hier zu Tonnen abholzen, aber... Irgendwann schneller als Marmor. Muss ich jetzt sagen. Was ist eigentlich mit dem Scheißholz von den Bäumen, oder? Das muss ich jetzt mal nachschauen. Wenn wir das als Fußboden legen könnten, weil es aussieht, wäre es nicht schlecht. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, wie es aussieht. Es ist schon ein paar Tage her. So ist der nächste große Baum. War hier drüben, genau irgendwo. Null Orientierung, merkt man sofort. Ich meine gut, es sollten vorher eigentlich hier Wachbäume werden, oder so ähnlich, aber... Ich meine damit. Und es fällt in Massen nach in Holz runter. Und wir dann gleich neue anpflanzen. Das ist ideal, um hier den Nächsten zu verbinden, oder? Die fallen alle weg, ja noch, das sage ich euch. Aber das Holz brauche ich. Das Holz. Zeig mal, ja. Tannenbaumplanken. Ist ein bisschen dunkel, ne? Testweise. Obwohl. Und von unten. Ne, ich will jetzt keine Sakura Planks. Weg damit. Ein bisschen beleuchten, dann geht das schon. Für Schweine, das sieht dann ein bisschen düster grau aus da unten, aber... Besser als Marmor bei Schweinen passt das wohl eher nicht. Ja, ich weiß. Mann, ist ja ein Dickicht. Ich habe mich nicht versprochen an der Stelle. Nur nochmal zur Betonung. Schauen wir uns nochmal das Haus an, damit ihr nicht vergesst, wie das aussieht hier über die ganzen Folgen. Den Stahlzaun muss ich nochmal weitermachen, sobald ich genug Stahl habe. Oder machen wir das gleich mal? Was meint ihr? Seid ihr hochbegeistert, ne? Von allem, was ich mache, das nehmt ihr förmlich wie ein Schwamm in euch Massen. Okay, das lang geht es wieder. Ja, das war etwas merkwürdig in mir. Zack. Violetter Herbstsitzling. Das ist aber immer, wenn wir schon mal hier unten sind. Zack, zack. Das wollte ich vermeiden. Bisschen dunkel, ne? Das Glas, das abbaubare Glas. Ich schätze mal, wir werden doch dieses Glas verwenden für die Dingens. Für die, für mein Farmgebäude. Ich werde hier drin auch mal sterben irgendwann. Aber dafür muss ich mir das mal anschauen, wer hat hier was vorbein? Weil das Glas herstellen, das mache ich nicht on-screen, das könnte sonst etwas dauern. Könnt ihr euch ja vorstellen. Zack. Ich bin nicht gerade hier drin gesprungen. Tja, neben dem ist es wieder gelernt. Wieso habe ich mir hier keine Redstone-Lichtschaltung? Ich bin sowieso versucht, hier demnächst auch mal was mit Redstone zu machen. Mit Redstone-Lichtschaltung. Einfach weil das cool ist. Oh, nein, in Gott's. Ich habe da sogar mal welches. Sonst vergesse ich nämlich, dass ich da Stahl setzen wollte irgendwann. Eisengitter. Weil hier drin für die Schmelze und so sieht das ja nicht schlecht aus. Gut, hier das Holz müsste ich dann irgendwann mal setzen, aber... Sobald ich weiß, wie ich das hier hochbaue, da habe ich mich noch nicht drauf geeinigt mit mir selber. Und das hier mache ich nur, weil ich Kaffee trinken will. Ich könnte es wieder vorspinnen, aber ich schätze mal, das werde ich einfach mal so lachen, weil... Puh. Ist auch immer ein bisschen Entspannung mit Let's Plane. Man muss ja immer nicht so stressen, ne? Überhaupt, was haltet ihr davon? Machen wir hier einen auf Domian. Ganz ruhig und gelassen. Wir haben es nicht eilig. Ich sollte wirklich mal Domian einladen. Was meint ihr? Würde der mit Let's Plane? Ich glaube eher nicht. Obwohl doch, den halte ich für cool genug, das zu machen. Eisgott. Und wenn ich das noch einmal sage, wird es langsam kritisch. Ich halte mich alle noch für Analphabeten hier. Ach, das ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Gebt mir das, würde Quantum sagen. Apropos, liebe Größe an Quantum. Warum, weiß ich jetzt nicht. Wird ihm wohl auch niemand ausrichten von euch. Ich sicherlich nicht. Dafür bin ich mir dann doch zu schade, wenn eines seiner Videos scheinbar ist. Ich habe dich in meinem Video gegrillt. Okay, lassen wir das. Ja, das habe ich mitgerechnet. So, nochmal zum Anblick, um zu sehen, wie schön das hier eigentlich ist. Was hat diese Cafeteria an sich, dass es hier gleich regnen muss? Na, was putzelt in der Pfanne? Darf ich mal fragen, wieso ich das Problemflasch hier? Na, was hat diese Cafeteria an sich,